Robby, mein Lieber, pass auf, ich habe heute mal keinen direkten Fick-Fack für dich, sondern eher eine Geschichte, unter der ich auf Twitter verlinkt wurde, die ein amerikanischer Twitter-User namens DreadPirateZero gepostet hat. Und wie soll ich sagen, es ist wahrscheinlich so eine der abgefucktesten Sex-Verletzungen, von der ich je gehört habe, oder zumindest eine Verletzung, die mit einem Sex-Produkt in Verbindung steht. Und zwar hat da einer berichtet von einem Anwalt, der einen Mann vertreten hat, der die Hersteller von einem Sex-Toy, nämlich von einem Buttplug, verklagt hat. So, oh je. Jetzt überlegt man sich, okay, was kann da wohl passiert sein, damit jemand einen Hersteller eines Buttplugs verklagt? Was glaubst du? Rate mal. Ja, es wird ja wahrscheinlich dann in Verbindung mit sich ins Arschloch schieben zu tun haben, oder? Das ist schon mal korrekt, ja. Aber wie würde ich jemanden verklagen, wenn ich mir das Ding reinschiebe? Muss ja irgendwas passieren damit. Das nicht, ja. Vielleicht komplett reingedrückt und nicht mal rausbekommen, irgendwie sowas. Ja gut, das ist ja glaube ich so ein bisschen ein Klassiker, oder? Das kannst du dann bestimmt, wenn du irgendwie richtig heftig scheißt, dann geht das Ding auch wieder raus, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Okay, pass auf. Also, Chris Goodnow, so hieß er, das ist ein Anwalt gewesen, der hat einen Mann vertreten, der wie gesagt eine Sex-Toy-Firma verklagt hat. Ja. Und zwar hat die nämlich einen Buttplug auf den Markt gebracht, den sie als 100% aus Silikon angepriesen hat. Ja. So, pass auf, der Klient des Anwalts hat sich diesen Buttplug aus 100% Silikon nun also in den Arsch geschoben und ist damit zu einer MRT-Untersuchung gegangen, hat sich aber rausgestellt, dass der Buttplug einen metallenen Kern hat. So, und MRT, diese Dinger, die sich da so drehen, das sind ja riesige Magnete. Und wenn du da reingehst und irgendwas Metallenes hat, dann versuchen die, diese Riesenmagnete, dir das Ding rauszuziehen. Genau. Und der Klient beschreibt es so als eine Art anale Railgun, weil ihm dieser Buttplug mit einer quasi Schallgeschwindigkeit in den Oberkörper reingeprügelt wurde. Oh. Und er hat es knapp überlebt. Und da ist auch ein Bild beigefügt, das sende ich dir jetzt, also das ist so ein X-Ray. Von der Verletzung. Und, ja, wie wirst du das beschreiben? Es sieht schon ziemlich schmerzhaft aus, weil du siehst wirklich dieser Buttplug, der wurde dem guten Mann wirklich bis oben in den Oberkörper reingeprügelt, ne? Durch den Körper gezogen. Ich schaue mir das mal hin. Ach, du heilige Scheiße. Ja, 100% Silikon, brauchst du keine Gedanken machen, kannst du schön reinschieben. Ich finde aber trotzdem generell diesen Gedankengang, okay, ich habe eine MRT-Untersuchung. Ja, was soll's. Da liege ich ja so ein bisschen länger, ne? Ja, was machst du, da schiebst du noch was in den Arsch, da hast du wenigstens irgendwie ein bisschen Spaß dabei. Ja, Leute, macht das bitte nicht. Schickt euch bitte nichts in den Körper oder habt keine Piercings am Körper oder sonst was. Wenn ihr eine MRT-Untersuchung habt, kann sonst nicht so gut enden. Aua. Kommen Sie doch bitte rein. Und damit ein herzliches Willkommen zur 77. Folge der stattdessen Sprechstunde. Ja, ja. Sprechstunde, so. Sprechschnuppe, perfekt. Sprechschnuppe ist auch wieder Schnuppe. Ah, Robby, wie geht das dir? Ja, Robby. Oh, da ist viel passiert, Tommi. Wir haben lange nicht gequatscht. Ich meine, privat haben wir heute Morgen schon mal einen kleinen Teaser angeheizt. Da haben wir ein bisschen uns unterhalten. Ja, anhalts nicht, Tommi. Aber es ist ja tatsächlich, ja. Aber erzähl du erst mal. Sorry, ey. Ja gut, das war natürlich ein schlechter Witz jetzt. Da ich ja die Umstände, die Umstände mir bekannt sind. Nee, ist aber eine Menge passiert. Bei mir steht jetzt der Umzug vor der Tür. Meine Dame und ich, wir sind getrennte Wege gegangen. Dafür haben wir uns entschieden. Da will ich auch niemandem schlechtreden oder irgendwen an Pranger stellen, sondern wir waren zu dumm, um miteinander zu kommunizieren. Das, was wir hier jedem lieben Patienten mit auf den Weg geben, haben wir nicht hinbekommen. Muss man fairerweise so sagen. Passiert. Und ansonsten, mental geht es mir wesentlich besser, Tommi. Das ist ein wichtiges Update. Und ich freue mich, dass ich heute wieder ein paar Patienten unter die Arme greifen kann. Ich freue mich. Ja, auf jeden. Es war jetzt echt eine lange Zeit. Das ist ja die erste Folge im neuen Jahr. Deswegen, ey. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und so. Nee, bei mir ist auch eigentlich alles schön. Bin ein bisschen ausgebrannt von der Arbeit, weil gerade die letzten Wochen waren echt extrem ätzend. So mit ganz vielen Überstunden direkt wieder. Also das, was man jetzt über die Weihnachtsfeiertage irgendwie wieder so frei hatte, hat man jetzt versucht, so im Januar irgendwie wieder rauszuholen. Da bin ich echt an dem Punkt gewesen, wo ich mir dachte, Alter, fickt euch doch alle. Was mache ich hier eigentlich? Nee, und jetzt gerade eben geht es wieder ein bisschen besser. Aber da hat das Schicksal natürlich wieder angeklopft. Da dachte ich so, ey, komm, denen geht es wieder viel zu gut dafür, dass er rote Haare hat. Und dann, ja, was soll ich sagen? Irgendwie, ich habe halt so eine Gastherme. Wir haben so ein winziges Gästebadezimmer und so ein größeres Badezimmer. Und in diesem Gästebadezimmer, da hängt unsere Gastherme, weißt du? Und ich bin dann irgendwie später Nachmittag, was war das, so 17 Uhr oder 17.30 Uhr oder so, bin ich halt in dieses kleine Badezimmer rein, wollte pissen gehen. Und dann fällt mir so, scheiße, Alter, warum hast du denn so nasse Füße? So, hast du irgendwie daneben gemacht das letzte Mal? Und dann gucke ich so, rechts an dieser Gastherme sehe ich so, okay, da tropft halt so Wasser runter. Da dachte ich mir, ah, fuck, okay, weiß ich nicht. Vielleicht, weil es so kalt war irgendwie, Sublimation, weiß ich nicht, ne? Vielleicht tropft da jetzt irgendwie hier der Wasserdampf, irgendwas ist da undicht oder so, keine Ahnung. Oder tropft das da irgendwie durch dieses komische Rohr, was da irgendwie mit deinem Haus verbaut ist, da raus oder keine Ahnung. Da dachte ich mir, okay, aber es ist jetzt nicht so viel, ne? Das, komm, steh ich so mal irgendeinen kleinen Eimer drunter, dann wird das schon passen. Ja, und dann bin ich nach einer halben Stunde nochmal gucken gegangen und dann hat sich das Ding in eine komplette Dusche verwandelt. Also es hat da wirklich rausgepisst ohne Ende, ne? Und da dachte ich mir, ja, gut, okay, das kannst du jetzt aber nicht so lassen. War natürlich dann aber nach 18 Uhr, da hast du dann keine Handwerker mehr irgendwie erreicht. Ja, okay, scheiße, was machst du? Hab dann so mit Alufolie angefangen erst mal. Weißt du, jeder Dönermann wäre stolz auf mich gewesen. Ich hab diese ganze Wand mit Alufolie abgedeckt, damit das Wasser nicht in die Wand irgendwie reinzieht oder so. Und dann haben wir erst mal gedacht, ja, okay, was machen wir? Können wir jetzt irgendwie bis morgen warten oder so? Aber das ist halt auch komisch. Ich kenne mich halt auch mit Gasheizung und so null aus, ne? Ich weiß nicht, wo ich da Wasser abdrehe und so. Da dachte ich mir, ja, okay, aber du wohnst jetzt hier zur Miete. Wenn du jetzt anfängst, hier irgendwas rumzuhantieren und dadurch machst du irgendwas kaputt, so, dann wirst du gefickt, dann wirst du für alles aufkommen, ne? Da dachte ich dir, ja, okay, scheiße. Hab dann einfach erst mal die Heizung erst mal ausgemacht. Und dann hat Vermieterin Bescheid gesagt, so, jo, da pisst es halt aus unserer Gasheizung raus und ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Dann meinte sie, ja, weißt du jetzt auch nicht, was man machen soll, bla, bla, bla. Da dachte ich, ja, okay, cool. So, dann gedacht, okay, jetzt hab ich das Ding ausgeschaltet. Vielleicht, jetzt wartest du mal so eine Stunde, ne? Fängst du das Wasser überall auf, vielleicht wird's dann besser. Ja, eine Stunde immer noch gepisst ohne Ende, ne? Und dann haben wir wirklich abgewartet und dachten, ja, scheiße, ey, kannst nichts machen. Dann hat meine Freundin da bei irgendeinem Notfallservice angerufen. Hab dann halt noch Vermieterin Bescheid gesagt, dass wir halt irgendwie einen Service anrufen müssen, weil selbst die Alufolie hat nicht mehr geholfen. Da ist auch links und rechts hinter geflogen. Da dachte ich dir, okay, so Nachtservice, das kostet halt extra so. Müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn da jetzt über die ganze Nacht jetzt hier dieses Wasser in die Wand reinflitzt, so weiß ich nicht, wenn die Frau dann irgendwie die ganze Wand irgendwie austauschen muss, ist das, glaube ich, nochmal deutlich teurer. Ja, klar. Ja, und dann haben wir halt auf den Nachtdienst gewartet, ne? Das Lustige war, ich war auch noch krank gewesen. Ich hatte Halsschmerzen des Todes. Hab die Nacht davor kaum gepennt, weil mein Hals so dicht war. Und dann kam der Mann um zwei Uhr nachts. Und das war dann auch so einer von dieser komischen, dubiosen, ja, von so einem ganz interessanten Anbieter, sagen wir es mal so. Von denen, die bestimmt im Frühstücksfernsehen immer waren, weißt du? So einer, der da nur Bargeld annimmt und dann sofort musst du bezahlen. Und auf Rechnung hat er sich irgendwie auf einmal zwei Stunden aufgeschrieben, obwohl der nur 20 Minuten da war, wo man gefragt hat, ja, was ist deine Mission, so, ne? Also ganz, ganz komisch. Und dann hat der im Endeffekt nur das Wasser abgestellt. Und dann war am Freitag früh, war halt dann nochmal so ein Handwerker da, hat sich das Ganze angeguckt. Und der meinte, ja, gut, da ist halt irgendwas im Arsch. Und da muss er jetzt aber ein Ersatzteil holen. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir sitzen jetzt hier seit sechs Tagen in der Kälte, weil keine Heizung funktioniert, kein warmes Wasser. Müssen jetzt immer bei Freunden gucken, wo wir duschen können. Gestern habe ich mich mit einem Wok in der Dusche gewaschen und einem Starbucks-Becher. Also ich habe mir so einen Wok mit Wasser gefüllt, habe mich damit in die Dusche gestellt und dann mit so einem Waschlappen mich gewaschen und dann immer mit so einem Starbucks-Becher, weißt du, mit so einem 0,5er, den meine Freunde hatten. Auch immer wieder Steinzeit, ne? Ja, ohne Scheiß, Alter. Dann habe ich mir so dieses warme Wasser so über den Kopf gekippt und habe meine Lebenswege irgendwie so ein bisschen hinterfragt. Ja, und jetzt angeblich ab morgen soll es wieder funktionieren, aber es ist halt echt so arschkalt. Also wir sitzen momentan bei uns in der, wir haben so eine kleine Küche, weißt du, und wir sitzen in der Küche, heizen immer mal wieder so ein bisschen mit dem Ofen und sitzen auf so einer Heizdecke, die ich meiner Freundin zum Glück irgendwann mal geschenkt habe. Ohne Scheiß, so auch als Lebensrettungsmaßnahmen. Wenn ihr eine Freundin habt, ihr braucht ein Geschenk, kauft ihr eine Heizdecke. Heizdecken funktionieren immer. Frauen haben super oft kalt. Heizdecke ist das perfekte Geschenk für jede Frau. Trust me. Und das rettet in solchen Situationen wirklich Leben. Also das ist ein kompletter Gamechanger. So, jetzt habe ich sechs Minuten über mein Leben geheult. Nee, ist aber wichtig, dass man das zumindest mal irgendwie in den Raum stellt, damit man so einen Überblick hat, was bei dir abgeht. Und gerade bei den Temperaturen, also ich bitte dich. Also ich würde auch an dieser Stelle wirklich jedem empfehlen, damit ihr auch nicht von so einem ganz dubiosen Abzocker-Handwerker wollt, der da irgendwie dann 600 Euro von euch nachts irgendwann haben will. Wenn ihr jetzt schon in der Situation seid, dass ihr irgendwie selber auch als Mieter oder so wohnt, dann schreibt euch wirklich mal Nummern von brauchbaren Handwerkern auf. Ja, vielleicht auch welche, die in der Nähe wohnen, die man nachts auf dem Handy irgendwie vielleicht mal anrufen kann, im Worst Case oder so. Dass ihr da immer irgend so einen Fachmann an der Hand habt, der wirklich seriös arbeitet und nicht dann irgendein Typ, der dann alles macht, weißt du, der dir dein Klo reinigt und deinen Fernseher montiert und irgendwas. Also diese ganz komischen Atzen. Ja, ja. Hat mich nur noch gefehlt auf diesem komischen Zettel, den er mir da gegeben hat, so von wegen, wie willst du bezahlen, dass da irgendwo dann irgendwie so ein Bild mit deinem Arsch drauf ist oder so. Kommt da der Egon vorbei, Alter, der repariert der, der stellt dir kurz das Wasser ab, dann bummst er dich durch und dann fährt er wieder. Gleich habe ich den Salat. Sollte da vorsichtig, Freunde. Okay, so, wollen wir mal anfangen? Wir können gerne mal anfangen. Ich hätte auch gesagt, wir machen keine zu lange Folge, weil es ist wirklich arschkalt in meinem Arbeitszimmer. Ich habe da Respekt vor und genau. Wir peilen an, dass jeder zwei kurz durcheiert und dann auf dem Weg. Ja, wir schauen einfach mal, ne? Wie weit wir kommen hier? Nassi, Schadat. Okay, komm so Herr Magelbski. Ich habe zu viel gelabert, dann darfst du als erstes hier in den ersten Tränen machen. So Akten her, so aufschlagen die Scheiße, okay. Hier haben wir einen. Der nächste bitte in Schummer 1. Jo, Tommy, Robby und eventuelle Gäste. Ich bin der Fußballer und spiele inzwischen bei St. Pauli und habe mich gegen das in Anführungsstrichen Geld, also so viel war es nicht, aber wäre mehr gewesen, entschieden. Und bin bei meinem Herzensverein geblieben. So, habe aber ein Problem. Meine Freundin lebt in Österreich und ich in Hamburg. Wir sind seit zwei Jahren zusammen und ich dachte, Tommy hätte Tipps, da er ja auch mal eine Freundin in Polen hatte. Liebe Grüße, Lee. Der St. Pauli. St. Pauli. Ich komme gerade gar nicht mehr so hundertprozentig. War das der Bruder, der sich überlegt hat, ins Ausland zu gehen, dem wir angeraten haben, das einfach zu machen, weil er sich sonst ärgert? Ja. Und er ist jetzt in St. Pauli geblieben, okay. Okay, aber gut, wenn du sagst, es war nicht so viel mehr und du willst lieber hier bei deinem Herzensverein spielen, dann akzeptiere ich das natürlich absolut. Im Endeffekt musst du ja mit deiner Entscheidung glücklich sein und du scheinst ja damit glücklich zu sein, von daher alles cool. Okay, jetzt Österreich und Hamburg. Ist ja auch eine kleine Distanz. Ja, schon. Genau, aber ich weiß jetzt halt nicht, wie das als Fußballer ist, ob man da an den Wochenenden auch Training hat oder wie weit man da irgendwie wegfahren muss, so wenn man das professionell macht. Da stecke ich jetzt nicht drin. Aber rein und für sich, ich sage mal so, die wichtigste Nummer bei einer Fernbeziehung ist eigentlich, dass du aufeinander vertraust. Weil du hast wirklich nie diese Chance, dass du den anderen irgendwie überwachen kannst oder so. Ist ja auch scheiße, dass in einer gesunden Beziehung solltest du deinen Partner nicht irgendwie überwachen können, sondern man muss sich halt vertrauen. Ich denke mal, Vertrauen ist das, wo am ehesten was kaputt gehen kann. Weil wenn du schreibst, ey, ich habe jetzt hier Trainingslager, keine Ahnung, wir fliegen jetzt irgendwo hin, wo es warm ist nach Barcelona oder so und sie dir dann da so richtig abfuck irgendwie einen Scheiß hinterher schreibt von wegen, wer ist denn da und was sind denn da für Zuschauer und Zuschauerinnen oder sonst was. Wenn man sich dann nicht vertraut, dann sät das halt immer so ein bisschen Zwietracht und das ist der Weg zur dunklen Seite der Macht. Also ich denke mal, das ist einfach so der wichtigste Tipp. Und ansonsten, ja gut, man sollte viel schreiben, schaut das ja halt immer mal wieder so ein bisschen FaceTimed und dann kann man so auch schon viel Zeit überbrücken, aber natürlich auch immer in Aussicht stellen, dass man sich relativ regelmäßig treffen kann. Und ich denke mal, eine der wichtigsten Sachen ist so für die Länge der Beziehung, dass man halt irgendwie überlegt, okay, wie schaffen wir es denn, diese Situation irgendwann zu ändern? Weißt du, weil das ist ja in der Regel nichts, was du so dauerhaft so in dieser Form behalten willst. Also du solltest schon irgendwie in Aussicht stellen, okay, wir versuchen das zu ändern und dann auch aktiv daran arbeiten. Wenn du sagst, okay, du hast in St. Pauli dann eine sichere Nummer und du willst da unbedingt bleiben jetzt erstmal ein paar Jahre, dann ist da natürlich die Frage. Dann müsste man überlegen, okay, je nachdem, was deine Freundin macht, kannst du ihr irgendwie helfen, da bei dir dann in Hamburg zum Beispiel irgendwo einen Arbeitsplatz zu finden oder so, dass sie dann irgendwie zu dir zieht oder sowas in die Nähe. Dass man da einfach dann einfach schaut, okay, wie können wir da eine gemeinsame Zukunft aufbauen, damit dann eben halt nicht dieser Punkt ist, wo man sich denkt, okay, ist das jetzt so eine Dauerlösung? Sehen wir uns jetzt nur so und so lange, weil über viele Jahre hinweg wird es halt irgendwann relativ ätzend, ne? Ihr seid jetzt zwei Jahre zusammen und in dieser Situation, das heißt, das ist ja jetzt wahrscheinlich schon erstmal so ein, das hat sich so ein bisschen eingelebt, sage ich mal. Aber das war zum Beispiel auch bei meiner ehemaligen Freundin da in Polen, war es dann halt auch immer so ein Problem, dass wir überlegt haben, okay, wie können wir das machen? Weil sie konnte halt schon so ein bisschen bruchteilmäßig Deutsch sprechen, also wenn ich ehrlich bin, wenn ich meine Oma angucke, Alter, bei der ist so jedes zweite Wort immer noch irgendwas Polnisches so eingestreut. Und die lebt ja seit 50 Jahren. Da hingegen konnte meine Ex-Freundin tatsächlich besser Deutsch sprechen, glaube ich. Das Problem war halt nur, in der Stadt, wo ich wohne, konnte man halt wirklich nichts mit ihrem Studiengang irgendwie anfangen. Und dass wir dann halt auch immer überlegt haben, okay, wie kann man das denn machen? Und dann war halt auch irgendwann die Situation, wo sie meinte, okay, sie ist halt jetzt gerade bereit dafür, ihre ganze Familie und Freunde und alles, was sie da hat, zu opfern, um dann hier hinzukommen und keine Perspektive zu haben und bla bla bla. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will jetzt auch nicht dafür verantwortlich sein, wenn sie jetzt für den Rest ihres Lebens irgendwie sich scheiße fühlen und jetzt eine Entscheidung irgendwie trifft, die man nicht so einfach rückgängig machen kann und so weiter. Und da haben wir uns hingesetzt, haben gesagt, komm, das war eine schöne Fahrt, Alter, aber jetzt steigen wir aus. Und dann hat sich das halt so irgendwann erledigt. Aber ich denke mal, das ist halt einfach wirklich so einer der wichtigsten Punkte. Man muss sich gegenseitig vertrauen können, regelmäßig Kontakt halten halt natürlich, immer mal wieder sehen und halt vor allem auch in Aussicht stellen oder überlegen, okay, wie können wir das gemeinsame Leben weiter planen. So, das wären so meine Tipps. Nein, ich meine, ich hatte nie ein Problem mit Vertrauen, sondern eher mit, ich muss ihr auch mal zeigen, dass ich wirklich Interesse habe und dass sie mir sehr viel bedeutet. Also es ist keine Frage, dass sie mir sehr viel bedeutet hat. Aber am Ende des Gesprächs, als wir dann uns entschieden haben, okay, wir machen Cut, kam dann auch nochmal ein ernstes Gespräch, leider nur via Text. Aber da sind dann auch Dinge gefallen, wie du hast mir halt nicht das Gefühl gegeben, dass ich für dich besonders war. Und das musste ich dann auch einsehen, weil die Kommunikation meinerseits, und da kann ich ja nur aus meiner Sicht sprechen, die war vielleicht nicht immer die optimalste. Natürlich habe ich für mich immer gedacht, ich gebe ihr das Gefühl, dass ich der Richtige für sie bin. Aber sie hat sich das ein bisschen anders vorgestellt. Und nachher die Kommunikation am Ende der Beziehung, die war halt auch, das hat sich alles so ein bisschen, ich will nicht sagen, man hat sich irgendwie in die falsche Richtung bewegt, sondern man hat halt nicht wie am Anfang jeden Tag irgendwie Sachen zusammen gemacht, die man online zusammen machen kann, auch wenn da eine Distanz dazwischen ist, hat man trotzdem irgendwie immer versucht, jeden Tag zumindest irgendwie mal ein Stündchen abzuhängen. So, dass man zum einen den anderen hören kann und ein Update bekommt, was er so getrieben hat, vielleicht den Tag über oder auch vielleicht mal die Woche über. Und das wurde halt am Ende immer und immer weniger. Gut, aber das klingt aber auch so ein bisschen dann nach so einem Kommunikationsproblem, ne? Aber das hast du ja im Endeffekt auch gesagt. Ja, ja, also das sehe ich auch ein, um Gottes Willen. Genau, aber das ist dann ja auch von beiden Seiten, weißt du? Du musst dir im Endeffekt auch sagen, was du erwartest. Ja, logisch, absolut. Und wenn das dann nicht kommt und man denkt, ja, irgendwann wird er von selber drauf kommen, ja, nee, Alter, Männer sind richtig dumm. So, ne, da spreche ich aus Erfahrung. Das ist das halt, ne? So, wenn du mir nicht so Sachen auf den Kopf zusagst, Alter, dann checke ich das auch nicht immer. Das meine ich halt, wir haben auch am Ende mehr gestritten, als dass wir uns irgendwie nette Worte gesagt haben, ohne das irgendwie Böse in den Raum zu stellen oder ohne irgendjemandem hier irgendwie einen Vorwurf zu machen. Aber das war dann am Ende, da habe ich gesagt, so, ich habe jetzt den Berlinplan und da tut sie mir wirklich, wirklich leid, weil sie natürlich in der Hoffnung war, dass ich dann auch in Richtung Nürnberg ziehe oder halt direkt nach Nürnberg ziehe und ich sie dann direkt bei mir habe, das verstehe ich, dass man da dann super enttäuscht ist. Ich muss dir dann aber auch leider sagen, dass wenn ich so eine Chance bekomme, dann in Berlin meinen Traum zu verwirklichen, dass ich die Entscheidung durchziehe, mit oder ohne ihre Anwesenheit, dass du so eine Chance bekommst, halt ein einziges Mal. Und wenn sie dann nicht mitziehen möchte und dann darf sie Millionen Gründe für haben, dann ist das ihre Entscheidung und die wird respektiert und akzeptiert. Also da habe ich dann kein Wörtchen mitzureden und dann ist das auch fein, wenn man das dann, zumindest wenn man darüber gesprochen hat, weißt du, wenn man das so für sich still unheimlich abmacht und dann einfach nur nebenbei erwähnt, oh ja, ich ziehe jetzt nach Berlin, dann ist das natürlich ein Weltuntergang für die andere Seite. Von daher dem Süßi können wir hier sagen, wenn die sich nicht diese Problemchen machen mit Kommunikation ist scheiße und die vertrauen einander, dann ist da eigentlich eine gute Chance. Und wenn beide schauen, dass die ihr Leben zusammen verbringen möchten, dann werden die auch einen Weg finden, wie die zusammen leben können. Und zwei Jahre ist schon, man sagt ja immer so, nach sechs Monaten entscheidet sich das, ob das dann funktionieren kann. Ja, nach sechs Monaten, also das habe ich immer so ein bisschen für mich festgestellt, ist halt diese Honeymoon-Phase, weißt du, wo man so mit einer rosa-roten Brille, wo man so über Sachen einfach hinweg sieht, weißt du, weil du bist dann nur am Bumsen wie ein Kanickel, Alter. Und dann siehst du über alles hinweg so und danach, wenn sich das dann alles so ganz normal einlebt und man dann irgendwie in so einen normalen Alltag, sag ich mal, reinkommt, dann fallen einem auf einmal halt viele Dinge auf. Wo man sich dann denkt, okay, war das vorher auch schon so oder hatte ich das vorher irgendwie anders in Erinnerung? Dann setzt so langsam der Alltag ein. Ja, also die Dame, wie gesagt, ich rede niemandem schlecht. Ich hatte meine eigenen Baustellen, das war das schlimmste Jahr, was ich bisher durchgelebt habe, das hatte ich dir auch privat erzählt und ich hatte auch einen Podcast mal ab und zu angeteasert, wie so die Situation immer allgemein ist. Das war halt 2023. Wenn ich wollen würde oder wenn ich könnte, dann würde ich das komplett löschen. Ja, also das war der größte Scheißhaufen, den ich durchgemacht habe. Und wenn du die Baustelle halt immer mit dir rumträgst und dich noch darum kümmern musst, weil du hast ja dann irgendwo auch eine Verantwortung, wenn du in eine Beziehung gehst, da dann auch noch zu gucken, dass das alles hinhaut, das ist schon eine große Aufgabe, finde ich. Gerade, wenn man sich halt nicht einfach so sehen kann, wenn es einem schlecht geht oder wenn sie einen schlechten Tag hatte und ich sie nicht in den Arm nehmen kann zum Beispiel, das tut dann auch irgendwo weh. Und das tut nicht nur ihr weh, weil sie niemanden hat, der jetzt mal den Arm hinhalten kann, sondern das tut auch mir weh, weil ich nicht für sie da sein kann, weißt du? Das sind alles diese Gedanken, die staunen sich auf, du bist dann schlecht gelaunt und dann kommunizierst du halt nicht mehr. Dann sagst du nicht, mir geht es gerade kacke oder so, du bist halt dumm. Eigentlich musst du sagen, ey, mir tut es gerade leid, dass ich nicht für dich da sein kann, bla bla bla. Und man redet darüber, aber dieses Reden hat halt gefehlt. Deswegen, der Typ, der muss auf jeden Fall kommunikativ, muss er da ein bisschen aktiv bleiben und einen Weg finden, ich habe halt auch keine Ahnung, wie das beim Fußball ist, ob der da am Wochenende irgendwie raus kann oder ob der auch mal in Österreich ist. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Fußballer. Gewinn einfach die deutsche Meisterschaft und halt diese Plakette hoch und küsst die und sag, ey, das habe ich für meinen Mädel gemacht. So, so nicht anders. Relativ simpler Trick, wünsche mir an FC Pauli, ich glaube, das zweite Mannschaft war das, viel Erfolg, kriegst du hin, das passt schon, ihr kriegt das hin. Wenn es jetzt seit zwei Jahren, wenn es zwei Jahre schon hält, dann schafft ihr auch noch mehr. Zwei Jahre ist es schon in Ordnung. Da kommen noch mehr. Okay. So, dann holen wir mal den nächsten Stroll. Schönen guten Tag an meine Lieblingsalkoholiker und eventuelle Gäste. Ich liebe euren Podcast und bin seit Folge 1 dabei. Aber nun zu meinem Problem. Mein Freund ist Raucher, möchte aber nächstes Jahr damit aufhören. Habt ihr Tipps für ihn und auch für mich, wie ich ihn dabei unterstützen kann? Danke für eure Antwort und noch einen schönen Tag. Oh ja. Ja. Du rauchst immer noch? Guck mal, ich zünde mir jetzt erstmal eine an, damit ich hier vernünftig helfen kann. Das ist ja klar. Das ist vor allem gut, wenn wir gleich den Tipp geben, nimm deinen Freund und gib ihm diesen Podcast und sag, der soll den bis zum Ende hören. Dann wird er direkt so angefixt. Er macht sich doch den Kippe an, wenn ich denn anfange hier loszureden. Ja. Nee, tatsächlich. Also ich mache das ja, wenn ich unter Stress stehe oder jetzt, wenn wir am Podcast sind, oder wenn ich irgendwelche Games zocke, dann ziehe ich mir gerne. Guck mal. Nicht immer. Aber es gab auch Phasen, da habe ich tatsächlich das geschafft, komplett abzulegen. Das habe ich einerseits geschafft durch, das ist halt alles Dreck. Meinem Vater, dem ging es nicht so gut, der konnte von jetzt auf gleich aufhören mit dem Rauchen. Das ist eigentlich ein geiles Vorbild für mich, um das auch durchzuziehen. Nur kam ich halt auf die grandiose Idee, mir so eine Vape zu holen als Ausgleich. Das habe ich erst mit Nikotin gemacht, damit ich ein bisschen noch die Sucht so ein bisschen füttern konnte. Und dann habe ich auch aufgehört ohne Nikotin. Also da habe ich nur noch gewapt. Diese nikotinfreien Dinge dann, oder was? Ja genau, das war eigentlich ganz geil zur Abgewöhnung. Und dann gab es leider ein Problem, das ging auch ein Jahr gut. Also ich habe über ein Jahr keine Zigaretten geraucht, was sehr, sehr gut für meine Gesundheit war. Und das hat man auch gemerkt, dass die ersten Anzeichen, dass sich das Ganze verbessert, merkst du schon nach zwei Wochen, dass es dir wesentlich besser geht. Du hast mehr Kraft. Dein Skin-Ton ändert sich auf jeden Fall. Okay. Also es gibt viele, 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 also es gibt eigentlich nur Vorteile, damit aufzuhören. Aber ich habe halt die Problematik gehabt, dieses Liquid, ich habe es mir selber angerührt quasi. Das war dann alle und ich musste mir Neues machen, wollte aber unbedingt dampfen, weil wir da irgendwie gerade Counter-Strike oder irgendeine Scheiße gespielt haben. Und ich wollte unbedingt irgendwie was haben, was ich jetzt kurz dampfen kann. Und dann, ja, hatte ich kein Liquid. Ich habe zwar angemischt, musste aber noch ein bisschen stehen bleiben. Bin dann zum Kiosk geflitzt und habe gesagt, ey Chef, gib mal drei Kippen, damit ich überhaupt irgendwas machen kann. Und ja, die erste war dann wieder, ja, scheiße. Okay. Jetzt hängst du wieder drin im Teufelskreis, ne. Okay, shit. Ich habe es dann auch ehrlicherweise auch nicht, klar sage ich mal, ja, dann guckst du mal nächstes Jahr, wirst du aufzurauchen. Aber ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht versucht. Wenn ich es versuchen würde, glaube ich, könnte ich auch wegkommen von dem Scheiß. Aber für ihn ist wichtig, dass er Situationen vermeiden muss, die er sich in seinem Kopf schon festgemacht hat, wo er immer eine Kippe raucht. Die muss er unbedingt anpassen. Ich zum Beispiel stehe auf, gehe ins Bad, mache mich frisch, ziehe mir einen Kaffee und rauche eine Kippe. Das müsste man dann anpassen, rein theoretisch. Dann darf er halt, muss er seinem Kopf beibringen, dass er, wenn er einen Kaffee trinkt, halt keine Kippe raucht, sondern einen Apfel isst, als Beispiel. Da muss er dem Kopf beibringen. Was ich mir mal aufgeschrieben habe, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge, hatten wir das auf jeden Fall, meine ich, auch wo jemand Probleme hatte, mit irgendwas aufzuhören. Pass auf, ich hatte mir drei Tipps aufgeschrieben. Und zwar, der erste, ich hatte das gesehen bei Manuel, ich weiß nicht, ob du Manuel kennst, einfach Manuel heißt er auf YouTube oder ich weiß gar nicht, ob der das noch macht oder auf Insta auf jeden Fall. Der hat zusammen mit Kev, hat er einen Podcast, der heißt Podcast Spaß, da war ich auch schon ein paar Mal zu Besuch. Nee, einmal, genau. Und ich meine, er hat es so gemacht, dass er so eine Anti-Raucher-App irgendwie hatte, die dir auch immer aufzeigt, mit jedem Tag, den du geschafft hast, was sich gerade in deinem Körper verändert. Also, dass du jetzt nach 24 Stunden irgendwie die Lungenkapazität verbessert und keine Ahnung und so, weißt du. Also, das war wirklich so eine App, die hat dir ganz minutiös aufgezeigt, was sich gerade in deinem Körper alles verändert, dadurch, dass du wieder einen neuen Tag geschafft hast. Und das hat ihm wohl, oder ihm auf jeden Fall geholfen. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, ob er wieder rückfällig geworden ist oder so, aber da hatte der dann halt immer gepostet, so diese Vorteile, die es halt hat, dass er nicht mehr geraucht hat. Das fand ich ziemlich cool. Dann eine andere Sache, das hatten wir generell gesagt, wenn ihr Probleme damit habt, weiß ich nicht, sei es ihr raucht oder ihr kriegt es nicht hin, irgendwie eure kleine Fresssucht in den Griff zu kriegen. Also, dass ihr immer irgendwie Süßigkeiten oder irgendwas nascht und sagt euch, ey, das, weiß ich nicht, für diese zwei Sekunden im Maul dann dieses gute Gefühl dafür, dass ich dann irgendwie mich danach wieder irgendwie schlechter fühle, weil ich weiß, okay, ich habe mir jetzt wieder irgendwie unnötig Zucker reingeballert und das steht nicht auf meinem Fitnessplan oder so. Dann kannst du dir halt immer mit der Hand, mit der du das machst, irgendwie ein kleines Symbol hinterlassen, was dich daran erinnert, so ein kleines Stopp-Signal quasi. Also zum Beispiel so ein kleines Kreuz irgendwie auf die Hand, weißt du, an dieser Stelle da zwischen Daumen und Zeigefinger zum Beispiel, da einfach so hin, womit man greift, weißt du, während du zur Kippe greifst, dann siehst du, du hast den X drauf gemacht. Genau, und das ist so eine Erinnerung für dich, dieses, ah fuck, Alter, ich war schon wieder so kurz davor, weißt du, so Brain AFK und dann Körper, mach mal kurz irgendwas, überlebt mal die nächsten zehn Minuten ohne mich und dann willst du irgendwo hingreifen und dann wird dir klar, okay, nee, war eine scheiß Idee. Nee, sowas ist immer so als Nebending, sag ich mal so, als kleine Erinnerung, immer super praktisch, aber generell bei allen Problemen, die ihr irgendwie habt, bevor ihr da irgendeine Scheiße macht, dann malt euch da irgendwas hin und dann werdet ihr vielleicht dran erinnert und das ist dann nochmal so ein kleines Stopp-Signal. Dann hört ihr den kleinen Tommy in eurem Hinterkopf, der euch sagt, Alter, ich bin richtig enttäuscht, wenn du das jetzt machst. Richtig enttäuscht. Da denkt ihr jetzt immer dran, wenn ihr da irgendeine Scheiße macht und da habt ihr euch vorher was drauf gemalt oder aber, ich weiß halt nicht, inwiefern das wirklich funktioniert, aber ich hab's halt auch schon mal gehört, dass es halt auch irgendwie so Hypnose gibt, weißt du, womit die irgendwie da draußen abgewöhnt werden sollen. Aber ich hab keine Ahnung, ob Hypnose eigentlich wirklich funktioniert oder ob das halt auch eher so eine esoterische Nummer ist. Ich hab keine Ahnung von Hypnose. Gibt's auch eine gespaltene Meinung zu, ne? Bei dem einen mag das funktionieren, beim anderen ist das einfach nur verschwendete Zeit, also das hängt so ein bisschen davon ab, wie krass willst du eigentlich aufhören, also für dich selber hast du entschlossen, dass du aufhören willst oder willst du jetzt nur, weil dir zum Beispiel jetzt in dem Fall deine Freundin sagt, hör mal bitte auf, ich mag das nicht und du im Inneren eigentlich trotzdem nicht so wirklich Lust hast, damit aufzuhören, weißt du, das musst du für dich halt wollen. Und ich glaub, dann hilft aber auch Hypnose, wenn du wirklich Bock hast, das fallen zu lassen, das Laster. Also, ich glaub, wirklich wichtig ist, wenn du für dich selber entschließen willst, okay, ich hör jetzt auf, dann entsorgst du wirklich erstmal alle diese ganze Scheiße aus deinem Umfeld. Ja. Ja, genau. Also, wenn du irgendwas machen willst, dann startest du es direkt und in solchen Fällen dann entsorgst du erstmal die ganze Scheiße, die damit zu tun hat. Als nächstes würde ich dann auch empfehlen, die ersten Wochen auf jeden Fall, gerade beim Rauchen aufhören, wenn du Kollegen hast, mit denen du mal rauchen gehst und dann, keine Ahnung, triffst du dich zum Fußball gucken in der Kneipe oder so und da knackt sich jeder erstmal hier so ein Klingstimmel an. Dann wäre das auch so eine Option zu sagen, okay, pass auf, die erste Zeit, in der ich dann ganz anfällig auf diese Sucht bin, dann lasse ich die Scheiße erstmal weg und gucke nur noch von zu Hause, weißt du, oder so. Ja. Oder ist es nicht mehr so weiß, gelb, keine Ahnung. Nee, sie altert halt schnell, ne, und das unterstützt dann auch, dass die Falten sich viel, viel schneller bei dir bilden als bei anderen Menschen, die eben nicht rauchen, ne. Und das bekommt man mit über die Jahre. Ich meine, ich habe mit, ich habe leider, muss ich dazu sagen, leider mich sehr, sehr früh davon überzeugen lassen, dass das irgendwie cool ist, was ich heute natürlich anders sehe. Aber da habe ich jetzt schon einen Dicker, wenn ich mich im Spiegel angucke, denke ich auch, oh, das ist so 1,50 Meter, ne. Ist schon bereit für den Sarg, ey. Ach Gott, nee, bitte nicht. Aber guck mal, dann kannst du sagen, ey, wenn da jetzt eine Woche aufgehört, dann sagst du, ey, deine Haut sieht viel gesünder aus. Ja, ja. Und das kannst du ja immer irgendwie positiv hervorheben, sodass du merkst, okay, ich habe halt wirklich eine Veränderung, die ich da bemerke, ne. Und das sind halt so Sachen, die kannst du dann natürlich selber bestärken. Oder du machst eben, weiß ich nicht, so einen Wochenplan und schreibst drauf, okay, wenn du zwei Wochen wirklich nicht geraucht hast, dann gucke ich mir mit mir, mit, ach, Alter, ihr habt einen Schlaganfall, gucke ich mir mit dir diese eine Serie an, die ich die ganze Zeit nicht gucken wollte, Alter. Schulmädchen-Report, was ist das denn? Dann gucke ich mir mit dir an. Was ist das denn? So, wenn du einen Monat nicht geraucht hast, dann kriegst du eine Rückenmassage, keine Ahnung. Weißt du, sowas kannst du auch machen und dann irgendwie so positiv bestärken und dann irgendwann wird das selber an dem Punkt sein, wo du sagst, Alter, das ist viel geiler, weil Rauchen ist echt so eine ultrabeschissene Angewohnheit. Ja. Die hat ja nicht mal irgendeinen Vorteil, die hat nichts Positives. Wenn du dir eine Liste jetzt machst, Pro und Contra rauchen, dann gibt es nur Contra. Ja, der einzige Punkt ist dann ja, Überbevölkerung wird verhindert, so, weißt du. Und Bestatter haben mehr Aufträge. So, aber ansonsten hast du da wirklich nichts. Für dich selber hast du keinen Pro daraus. Nee. Das ist genauso wie Saufen. Weißt du, also Alkohol konsumieren hat genauso wenig positive Effekte. Man sagt sich dann, ja, hier aber auf Partys und bla. Ja, aber das gilt ja auch für Zigaretten. So, auf Partys bist du dann irgendwie, keine Ahnung, hast immer was zu tun. Du hast nie das Gefühl, du bist irgendwie alleine irgendwo oder so. Du meinst für dich, du baust Stress ab. Ja, keine Ahnung, Alter. Du verarschst den Körper halt brutal. Genau. Und wenn das jetzt dieses, ja, ich brauche das aber, um Stress abzubauen, Argument ist, dann such dir irgendwas anderes. Stress kannst du auf ganz, ganz vielen Arten und Weisen abbauen. Das ist auch nur ein Pseudo-Argument. Das ist halt gar nicht so, dass du, wenn du dir eine Kippe anmachst, Stress abbaust, du verarschst den Körper halt. Du denkst, dass das wirklich passiert. Aber sofern der Nikotinspiegel wieder sinkt, dann schließt du noch viel mehr unter Stress als vorher. Das ist so dumm eigentlich. So dumm. Ich weiß noch, das war richtig creepy. Das hatte ich beim Kollegen von mir damals mitbekommen. Das war, glaube ich, zur Abi-Zeit. Da war ich bei dem gewesen und seine Eltern waren nicht da. Und er war halt leidenschaftlicher Raucher. Also er hat super viel geraucht. Und dann hat er seinen Eltern noch geschrieben, ja, die sollen dir bitte Kippen mitbringen, weil er hat keine mehr. Und er hat aber auch kein Geld mehr. Und die Eltern waren aber irgendwie am Wochenende bei Ikea. Das heißt, die siehst du für sieben Stunden oder Tage nicht mehr. So, weil, da kannst du knicken. Und der war halt wirklich so geisteskrank nervös. Der ist die ganze Zeit auf- und abgelaufen und hat dann irgendwann so die Reste aus seinem Aschenbecher zusammengerollt in so eine Kippe und hat die dann geraucht. Ach du Scheiße. So was hatte ich noch nie gesehen. Da dachte ich mir so, holy fuck, Alter. Ja, gut, das ist schon hardcore dann. Das war richtig creepy. Bin ich ehrlich, ne? Also ganz ehrlich, wenn ihr irgendwann mal den Gedanken haben solltet, mit dem Rauchen anzufangen oder irgendwer bietet euch eine Kippe an, dann lasst es einfach bleiben. Ich wünschte, ich könnte zurückreisen und sagen, so verpisst euch mal. Ich boxe euch alle um, wenn ihr mir nochmal eine Kippe antreht. Ja, aber guck mal, Robby, jetzt haben wir jetzt darüber gesprochen. Ja, warte, ich finde jetzt raus, wie diese App heißt. Mach. Und dann ist das jetzt vielleicht auch der Warnschuss für dich, dass du aufhörst zu rauchen. Das wäre mal geil, wenn ich das Laster irgendwie beseitigen könnte. Ich meine, ich habe ja so keine großartigen Laster und dieses Pseudo-Ding, weil jeder muss einen Laster ab. Ist halt auch dumm eigentlich, wenn man das sagt. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es die App ist, aber es könnte gut sein. Smoke-Free, Rauchen aufhören heißt die. Also die zeigt dir auch an, wie viel Geld du zu diesem Zeitpunkt schon gespart hast, wie lang sich dein Leben verlängert hat. Du kriegst so Achievements, je länger du nicht mehr rauchst und so. Und die hat bei 21.800 Bewertungen 4,6 Sterne. Also das kann nicht komplett scheiße sein. Das klingt nice. Ah doch, ich glaube, das ist auch die App, die dir dann sagt, jetzt kannst du besser laufen und weiß ich nicht und so. Wäre ein perfekter Start tatsächlich, weil wenn ich in Berlin bin, im Studio generell, wenn das dann alles steht und aufgebaut ist, da wird ja generell nicht geraucht, da müsste ich dann halt entweder auf die Dachterrasse oder vor die Tür, was, ich bin halt lazy und, ne, hab da nicht immer so Bock, meinen Arsch zu bewegen, ist eigentlich ein guter Punkt, um zu sagen, okay, dann kannst du die Scheiß auch sein lassen. Genau, aber Robby, du weißt ja, ne, das ist dann nicht erst ab Berlin, das muss dann ab jetzt, weil sonst funktioniert es nicht. Ja, natürlich muss das ab jetzt passieren. Dann schmeißt du jetzt deine Kippen weg, lad dir die App runter. Das wäre eigentlich der perfekte Punkt für ein scheiß Advertisement, ne, wenn wir hier einen Werbepartner hätten, aber haben wir nicht. Haben wir nicht, nein. Ne, also das ist hier alles aus freien Strücken. Ich habe auch keine Ahnung, ob die App wirklich so gut ist, ne, aber, ja. Du, aber wird nur schlau, wenn man das Ganze testet und versucht, ne. Genau, ne, dann bin ich mal gespannt. In der nächsten Folge, dann berichtest du uns, dass du, ja, nächste Woche schaffen wir es wahrscheinlich nicht, weil da hast du ja deinen Umzug, glaube ich, ne. Aber dann wahrscheinlich übernächste Woche, wenn wir die nächste Folge machen, dann will ich hören, Tommy, pass mal auf, ich bin seit 14 Tagen rauchfrei. Das wäre lecker, ja. Ne, nicht das wäre lecker, das ist lecker. So, jetzt schmeißt du deine Kippen weg, Robby. Stell dir mal vor, die stabile Sprechstunde hätte einfach dein Leben jetzt geändert. Die hat mein Leben schon geändert. Ja, aber noch besser. Ja, ich notiere mir das, ich male mir jetzt einen Punkt auf die rechte Hand. Ja, dann schmeißt du deine Kippen weg. Wenn ich, die flacke ich jetzt erstmal im Mülleimer. Ja. Und wenn ich nachher Bock habe, dann gucke ich auf die rechte Hand und dann weiß ich, okay, wir haben hier eine Vereinbarung. Genau, und dann, wenn du zwei Tage rauchfrei bist, dann darfst du dir einen keulen. Ansonsten darfst du nicht mehr. Wie problematisch ist, ich kenne ja schon meinen Körper, was passiert, wenn ich damit aufhöre. Dann werde ich den Kühlschrank halt so hart plündern. Ja, aber dann ist das so. Ja, natürlich. Aber auch, ey, wenn ihr so Fressflashes habt, wie gesagt, wenn ihr euch da irgendwas auf die Hand malt, das kann euch auch daran erinnern, nicht den Kühlschrank zu plündern. Und was auch ein guter Tipp ist, was ich mal gehört habe, was halt eben auch hilft, zum Beispiel, wenn du so abends Heißhungerattacken hast oder so, ist generell Kaugummi kauen. Oder jedes Mal, wenn du so eine Heißhungerattacke hast und dir abends noch so Scheiße reinballern willst. Weißt du, ich kenne das. Ich esse den ganzen Tag gefühlt nichts, weil ich bei der Arbeit einfach nicht dazu komme. Oder mal so ein Brötchen vom Bäcker oder so zwischendurch, weißt du. Und dann abends kommst du nach Hause und dann baller ich mir alles rein. Ja, also ich meine, ist ja auch normal. Du wirst dein Kaloriendefizit auf jeden Fall rausholen. Aber dann habe ich immer diese Phase, wo ich mir denke, okay, du hast jetzt aber gerade keinen Bock zu kochen. Komm, du frisst jetzt einfach so eine Packung Chips, weißt du. Ja. Und dann, wenn ihr an diesem Punkt seid und euch sagt so, nee, das ist eine Scheißidee, dann geht euch die Zähne putzen mit so einer Pfefferminz-Zahnpasta. Weil dann, ich weiß nicht warum, ich habe das mal irgendwann gelesen, dann hast du auf jeden Fall keinen Bock mehr so süße Scheiße zu essen. Weil wenn du so auf Pfefferminz dann irgendwie so süße Getränke ballerst oder dann irgendwie so Süßigkeiten isst, dann schmeckt das halt auch alles nach echtem Arschloch. Ja. Genau. Okay. Boah, jetzt. Guck mal, du hast gesagt, wir beide machen, jeder macht zwei Fragen. Zwei und wir sind schon bei 40 Minuten. Ich wollte gerade sagen, okay, das kommt wirklich hin. Okay. So, dann würde ich sagen, dann holst du mal den nächsten Kandidaten ran. Dann hole ich mal noch einen ran hier. Der nächste bitte in Zimmer 1. Moin, moin, ihr zwei. Ich, männlich 36, habe zu berichten, dass mein Erzeuger damals meine Mutter vergewaltigt hat. Und ich das Ergebnis bin. Und seitdem ich auf der Welt bin, meine Mutter mich hasst. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ja, das ist halt wirklich eine richtig harte Nachricht. Das ist ein richtig hartes Los. Weil normalerweise, man kennt ja immer diese Argumente. Weißt du, es gibt ja immer diese Argumente hier von Leuten dann pro Abtreibung. So, okay, ja, was ist denn, wenn ich vergewaltigt werde? Ja, dann, wenn es halt ein Abtreibungsverbot gibt, dann muss ich das Kind des Vergewaltigers in mir tragen. Das ist ja super oft, was man jetzt auch in den ganzen Veranstaltungen in den USA gehört hat und so weiter. Wo jetzt zum Beispiel hier diese Abtreibungen verboten wurden in manchen Bundesländern oder in den Bundesstaaten. Ich weiß ja nicht, wie es ist, ob das im Endeffekt jetzt nochmal gekippt wurde oder nicht. Habe ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber das war jetzt so eines dieser Argumente. Ich will über meinen eigenen Körper irgendwie entscheiden können. Und jetzt sind wir aber an diesem Punkt, wo jetzt zum Beispiel so ein Schwangerschaftsabbruch halt eben nicht stattgefunden hat. Das Kind kommt zur Welt und das ist dann halt wirklich eine super, super schwierige Situation. Weil das ist dann ja natürlich dieses, ich glaube, gerade als Frau oder als Mensch, der dann diese unglaublich strapaziöse Situation über sich hat ergehen lassen, ist das dann wahrscheinlich wirklich oftmals so eine Erinnerung daran, weißt du? Könnte ich mir halt wirklich vorstellen. Immer, immer. Deswegen, das ist super, super schwer und das tut mir super leid für den stabilen Patienten, dass er halt gerade jetzt in so einer Situation ist, weil natürlich, man hat seine Mama und man hat seine Mama im Normalfall halt auch lieb. Und man will natürlich auch, dass seine Mama einen selber lieb hat. Und sie kann halt nicht diese Muttergefühle haben, wie für ein Kind, was sie gerne gehabt hätte. Ja, genau. Sondern wegen, oh mein Gott, das ist hart. Also das ist halt eine super schwierige Situation. Ich weiß jetzt auch gar nicht 100 pro, was man da empfehlen kann. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, wenn du noch Kontakt zu deiner Mutter hast, dass ihr mal versucht oder du kannst sie ja mal fragen. Wichtig ist, dass du ihr sagst, dass es dir super leid ist natürlich, was passiert ist. Aber auf der anderen Seite kannst du ja als Person nichts dafür. Und ich glaube, man muss seine eigene Mama dann in dieser Situation auch zeigen, dass man sie trotzdem super lieb hat, dass man aber auch irgendwo Verständnis hat, dass das natürlich alles super scheiße ist und man das versteht. Und man sich da, du sagst ja auch, mein Erzeuger, also er sagt ja auch nicht, das ist mein Vater oder so. Erzeuger ist ja wirklich diese komplett neutralste Form, die du irgendwie an den Tag legen kannst. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das Verhältnis da auch nicht so gut ist. Dass du deiner Mama sagst, ich weiß, das ist alles super kacke. Ich hätte mir gewünscht, dass natürlich nicht so passiert wäre, aber ich bin hier und ich kann nur sagen, dass ich habe dich lieb und dass du deiner Mutter das auch irgendwie zeigst und dass sie dann auch verstehen muss, okay, dass du halt im Endeffekt nichts für diese ganze Situation kannst. Aber ich denke mal, um das im Endeffekt komplett aufzuarbeiten, dieses Thema, ich meine, du bist jetzt auch 36, ich weiß jetzt nicht, was deine Mutter dann auf dem Schirm haben wird. Ja, und ich würde einfach mal anraten, dass du ihr einfach vorschlägst, dass man vielleicht mal einfach gemeinsam dann zu so einer Gesprächstherapie gehen kann oder sowas. Weißt du, wo das dann halt wirklich über mehrere Sitzungen einfach aufgearbeitet wird. Ja. Es ist aber auch wichtig, dass du dir selber sagst, dass du nichts dafür kannst, dass deine Mutter dich nicht mag. Dass das nicht auf dich als Person bezogen ist, sondern halt wahrscheinlich eher dann einfach dieses traumatisierende Erlebnis, was da im Hintergrund steht, was sie jetzt irgendwie damit verbindet. Und dass das jetzt der Auslöser ist, nicht aber an dir als Person halt natürlich liegt. Es ist halt schwierig, wenn du da dann jemanden hast, der auf die Welt kommt und der wird dann auch irgendwann älter. Aber du hast halt immer, egal wann du mit ihm dann in Verbindung trittst, immer dieses im Hinterkopf, dieses Ereignis. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr hart, wenn du derjenige bist, der halt diese Erfahrung machen musste. Weil sie sieht dich ja nicht als dein Kind, sondern sie sieht dann immer dieses Trauma immer wieder. Das kommt halt immer wieder hoch. Und ich glaube nicht per se, dass sie dich als Mensch hasst, sondern dass sie hasst die Situation, die eben passiert ist, die man nicht gutheißen kann. Und wahrscheinlich auch alles, was danach passiert ist. Ich meine, es ist halt immer so eine Frage, wann das dann war. Ja gut, vor 36 Jahren. Aber wie das gesamte Umfeld dann auch darauf reagiert hat, was da vielleicht für Gespräche passiert sind oder so. Das sind halt wahrscheinlich alles Sachen, die man dann irgendwie mit der Mutter wahrscheinlich zusammen durchsprechen muss. Wie war die Familie drauf? War das so eine Hardcore-Christenfamilie oder was ging da? Wie hat die Familie sich da noch ausgewirkt? Ist dann die Familie daran irgendwie noch zerbrochen oder so? Weißt du, das sind halt ganz viele Faktoren, die wir jetzt halt nicht kennen. Aber die da wahrscheinlich auch noch dann mitgespielt haben, gehe ich mal davon aus. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die muss man wahrscheinlich in langer Arbeit gemeinsam aufarbeiten. Da können wir jetzt im Podcast natürlich jetzt erstmal nicht so viel Einfluss drauf nehmen. Aber nichtsdestotrotz, dich scheint es ja auch extrem zu belasten. Sonst hättest du jetzt hier nicht irgendwie so zwei Internet-Clowns so ein Ereignis reingeschrieben, die eigentlich sonst immer nur mit einem Scheiß über das Ficken reden. Deswegen, ich würde euch, wie gesagt, wirklich empfehlen, dann einfach das mal zusammen aufzuarbeiten. Deiner Mutter das auch natürlich anzubieten, dass du das gerne mit ihr aufarbeiten möchtest. und dass ihr da hoffentlich dann in Zukunft nochmal irgendwann ein schönes Verhältnis haben würdet. Das würde ich mir auch für euch wirklich wünschen. Ja, ich würde mir auch wünschen, wenn man durch das Gespräch oder durch die Therapie, die ihr da dann hoffentlich hinbekommt, wenn die Mami sich da drauf einlässt, würde ich euch das von Herzen wünschen. Wenn das nicht zu dem kommt, dann halt dir aber bitte trotzdem vor Augen, dass du dafür überhaupt nichts kannst. Also mach dir bitte keine Vorwürfe. Das ist nicht auf dein Mist gewachsen, sage ich mal so umgangssprachlich. Genau. In dem Sinne, dann wünschen wir dir alles Gute für die Zukunft. Mach dir nicht zu viel Kopf. Du kannst da, wie gesagt, nichts für. Bleib stark. Auf jeden Fall. Der nächste bitte in Nummer 1. Hallo Jungs. Also ich habe jetzt seit fast drei Jahren einen immer wiederkehrenden Traum, in dem ich in einer Art Stadtviertel bin und immer ein ganz bestimmtes Neubauhaus suche. Ich kenne, by the way, weder den Ort noch den Grund, warum ich dieses Haus suche. Wenn ich es gefunden habe, schaue ich immer auf das Klingelschild einer bestimmten Wohnung, aber ohne zu klingeln. Wenn ich dann quasi fertig bin mit Nachsehen, gehe ich mit einem Gefühl von Zufriedenheit und Erleichterung wieder weg von diesem Haus. Auf diesem Klingelschild, was ich mir anschaue, steht O.B.A. Teilnehmer. Ne, ein O.B.A. Teilnehmer drauf. Danach finde ich mich in einer Art Einkaufszentrum wieder, aber sobald ich ein bisschen umherlaufe, endet der Traum abrupt und ich wache wieder auf. Sorry für die Wall of Text, aber fand, dass es sich interessant anhört. Bleibt, wie ihr seid, ein stabiler Patient. Crazy, ne? Ja, auch irgendwie hat es so einen kleinen Creepy-Touch, finde ich. Ich musste, als ich das gelesen habe, deswegen habe ich die Frage im Endeffekt reingenommen, ich musste an so eine Folge von X-Faktor denken. Ja, ja, ja. Kennst du die Folge, wo so eine Frau immer wieder von einem Haus träumt, durch das sie dann im Traum immer läuft und so weiter und dann fährt die da mit ihrem Macker irgendwann, fahren sie da random durch die Gegend und dann sehen die genau dieses Haus und dann sehen die, okay, das ist zu verkaufen, die gehen da rein und dann werden die durch das Haus geführt und dann meint sie, boah, das ist genau wie in meinem Traum und so weiter und dann kommt da irgendwie, ich weiß nicht, so die Tochter der Besitzerin oder so und meint, das ist die Frau, die ich hier nachts immer sehe. Ja, genau. Das ist genauso das, woran ich denken musste. So, und ich versuche jetzt mal erstmal herauszufinden, was ist ein O.B.A. Teilnehmer? O.B.A, ne? Ja, ja. Was ist das denn? Okay, hier sind irgendwas mit Förderkreis im Rahmen einer Einzel- oder Familienmitgliedschaft. Was ist das denn? Allgemeine Vertriebsbedingungen für die Teilnahme an. Was ist das? Offene Behindertenarbeit der Diakonie Schweinfurt. Der Plot aus der Geschichte wäre ja tatsächlich, wenn er wirklich halt in der Nacht dann auch umhergeistert und wirklich dahin rennt. Wenn er immer durch die offenen Behindertenarbeit der Diakonie läuft, nachts. Wobei der läuft ja nicht da durch, der läuft ja nur durch das Viertel und guckt den da auf die Klingel. Und dann ist er glücklich und dann geht er nach Hause. Dann geht er ins Einkaufszentrum und wacht auf. Vielleicht ist das ja so der Wink mit dem Zaunfall für dich, dass du dich in der Behindertenhilfe, dass du da arbeiten solltest, dass du da einen Job brauchst. Das ist so deine Bestimmung. Und dann bist du glücklich. Dein Innerstes versucht dir zu sagen, ey, dein aktueller Job ist scheiße. Arbeite doch einfach mit Menschen mit Behinderung. Kann ich übrigens nur wirklich sehr empfehlen. Das habe ich ja als Zivildienst gemacht. Und das waren die, oder es sind wahrscheinlich immer noch, die nettesten und herzlichsten Leute. Natürlich muss man sagen, Menschen sind unterschiedlich, egal ob Menschen mit oder ohne Behinderung. Aber so vom Glücklichkeitsfaktor waren die alle deutlich glücklicher als alle Menschen, mit denen ich sonst gearbeitet habe. Also vielleicht ist das ja ein Zeichen dafür. Keine Ahnung. Da habe ich auch neulich mit einem Kollegen philosophiert. Das war ganz interessant. Da ist uns mal aufgefallen, dass wir keine Freunde haben in unserem Kreis, die halt offensichtlich dumm sind. Also die halt, und da spreche ich nicht von Bildung, sondern von dummen Menschen. Dass wir keine haben, die halt, oder dass wir keine dummen Menschen können, die wirklich so Probleme haben, wie wir sie haben. Sei es, die legen sich abends ins Bett und zerbrechen sich den Kopf oder haben Anzeichen von Depressionen oder sowas. Sondern, dass das immer nur Leuten passiert, die wirklich auch was auf dem Kasten haben. Mal zusammengefasst. Also es war eine sehr, sehr interessante Philosophiestunde. Weil immer, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die halt nicht die hellsten Kerzen sind, die sind eigentlich meistens relativ glücklich. Ist mir mal so aufgefallen. Du meinst, das sind einfach nicht so Overthinker, die dann alles doppelt und dreifach überlegen. Ja, die sich halt nicht irgendwelche Probleme machen, sondern die leben einfach ihr Ding. Weißt du? Ja. Ich glaube, dieses generelle, dass man sich zu viele Gedanken macht, das ist aber auch einfach so eine, ja, so eine ganz bestimmte Gattung vom Mensch, die dazu tendiert, erst mal alle Optionen irgendwie abzuwägen, bevor sie sich entscheiden, irgendwas zu machen, anstatt einfach zu machen. Aber nichtsdestotrotz, wir sagen natürlich nicht an dieser Stelle, dass alle Menschen mit Behinderung irgendwie weniger intelligent werden oder ähnliches. Na, um Gottes Willen, nein. Nee, nur falls das so rüberkommen sollte. Genau. Okay. Nee, aber ich hatte die Frage auch reingenommen. Ein anderer Grund war, weil ich mir dachte, okay, lass mal über Träume reden. Was waren so die kaputtesten Träume, die du hattest? Die kaputtesten Träume? Ich habe neulich erst einen kaputten Traum gehabt. Also einen richtig kaputten Traum. Also der erste, in der Nacht habe ich geträumt, dass ich mit ein paar Kollegen eine schöne Bank überfallen habe. Das hat auch soweit alles funktioniert. Und draußen dann, als wir dann die Bags voller Moneten hatten, wurden wir dann von den Polizisten niedergeschossen. Und da war der Traum dann auch zu Ende. Da habe ich schon mal ein bisschen Panik geschoben. Da hatte ich ein bisschen Herzrasen, als ich wach geworden bin. Ja. Und am selben Tag habe ich aber auch noch einen Nap gemacht. Also Mittagsschlaf. Der ist dann ins Koma ausgeartet. Ist aber eine andere Geschichte. Und während ich da im Koma lag, habe ich geträumt, dass ich so ein kleines Loch neben dem Auge habe. Das habe ich immer im Spiegel so ein bisschen beobachtet. Und ich habe da auch mal ein bisschen dran rumgequetscht. Und das Loch wurde immer größer. Und du konntest schon in das Loch reingucken. Und das war richtig widerlich. Holy Shit, da habe ich Angst gehabt. Und immer beim Quetschen, das Loch wurde dann immer größer. Wenn ich das so zusammengequetscht habe, dann ist das Loch so, nach vorne hat sich das aufgestülpt quasi. Widerlich. Und da habe ich halt wirklich gedacht, ich habe da irgendwelche Würmer dann hinter meinem Auge und so ein Scheiß. Also das war, das war, ach. Das sind, boah. Ja, nee, das ist interessant. Ja, ekelhaft. Ich weiß nicht, ich hatte letztens, ich muss aber auch immer aufpassen. Das Ding ist, ich bin halt vorm Einschlafen meistens nicht so müde. Mhm. Also weiß ich nicht. Meine Freundin ist halt so, ab zehn, halb elf ist die halt richtig platt und will pennen gehen. Und ich gehe dann halt meistens ja mit, lege mich auch schon mal hin, aber dann denke ich mir, komm, guckst du noch ein paar Minuten am Handy. Und das ist halt immer ein Riesenfehler. Das ist super dumm, aber ich mache es trotzdem immer wieder. Weißt du, ich bin halt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und ich habe es zum Beispiel immer, ich bin dann immer so ein bisschen am Doomscrollen, Alter. Ich habe dann immer Twitter auf und ich weiß nicht warum, aber Twitter, der Twitter-Algorithmus, der hat irgendwie mir immer diese ganzen Updates von der Front, hat der mir immer geschickt, hier, was geht da gerade im Ukraine-Krieg und so weiter. Ja. Weißt du, und dann siehst du halt auch immer Videos und so und denkst dir so, holy fuck, Alter, die Menschen sind so scheiße. Und dann hatte ich halt auch, ich glaube, das wirkt sich dann schon krass auf Träume auch aus. Und dann hatte ich einen Traum, da war ich dann irgendwie in einem Haus und dann gab es so einen Luftalarm. Dann habe ich gesehen, über uns flogen so komische Drohnen, die sahen aus wie hier diese Tarnkartenbomber von Amis. Und die wurden dann runtergeschossen und sind halt so ins Haus eingeschlagen, auf einmal so riesig. Und ich habe nur darauf gewartet, bis ich tot bin, so bis mich einer umhaut und dieser Angstmoment weg ist. Und dann irgendwann hatte ich noch einen anderen. Da habe ich geträumt, dass da irgendwie so Wärmesuchende Raketen irgendwie auf uns losgeflogen sind und wir haben versucht, sofort den wegzulaufen, wegzuspringen und dann hat es mich irgendwie komplett hier die ganze Front zerfetzt oder so. Boah. Komplett dumm. Und dann wachst du auch auf und denkst dir so, boah. Ja, und dann hatte ich erst mal Twitter eine kurze Zeit lang einfach abgestellt und dachte mir so, komm, die scheiß App benutze einfach gar nicht mehr. Mhm. Ja, und dann habe ich mir von Insta die Threads jetzt installiert. Threads habe ich gesehen, ja. Dein erster Post wieder sehr ikonisch. Aber irgendwie bin ich damit noch nicht so warm geworden, weil irgendwie fehlt mir diese krasse Suchfunktion. Weißt du, weil wenn ich auf Suchen drücke, dann habe ich, weißt du, bei Twitter kriegst du dann so Trends, so Themen, die aktuell einfach interessant sind. Bei Threads ist es eher wie bei TikTok mit der For You Page halt, ne? Boah, ich habe keine Ahnung, da wird da einfach irgendeine Scheiße reingespült so. Ja, genau. Aber weißt du, über Twitter konntest du dich halt allein durch diese Trends, du klickst auf diesen Trendreiter und dann siehst du immer so aktuelle Themen, über die die Leute gerade irgendwie Tweets schreiben. Ja. Und darüber konntest du dann immer schon zusammenreimen, okay, was geht da gerade? Weißt du, und das geht halt bei Threads so gar nicht. Da ist halt irgendwie irgendwelche random Poster von Leuten, die ich noch nie gehört habe, die ich noch nie abonniert habe für irgendwas. Ja, ja. Und ich finde das, ja, das ist alles irgendwie so ein bisschen unübersichtlich. Also ganz ehrlich, da hätten sie keine eigene App draus machen sollen, das hätten sie irgendwie so als Unterreiter bei Instagram irgendwie implementieren sollen. Weißt du, so ein Chat, in dem du einfach noch ein bisschen shitposten darfst. Das Problem ist halt auch, ich denke mir dann, okay, so Twitter ist halt einfach zum Wegwerfen so bei mir, bin ich ehrlich. Ist es auch. Ich kann ja nicht mal sagen, wie viele Follower ich auf Twitter habe, keine Ahnung, 20.000, keine Ahnung. Weißt du, aber dann denke ich mir, Alter, wenn der Account weg ist, ist das mir so scheißegal. Weißt du, und bei Insta denke ich mir, okay, wenn du jetzt hier anfängst zu shitposten wie auf Twitter, dann verlierst du deinen ganzen Insta-Account, das ist halt scheiße. Weil über den kannst du viel geiler Reichweite generieren. Ja, ist so. Und Leute, für Sachen begeistern bei Twitter, Alter, Twitter hat auch alleine null Marktwert so gefühlt für Werbetreibende. Da kriegst du jetzt ja auch nur noch irgendwie so komische KI-Skips-Seiten so. 80% Hurensöhne, also legit. Wenn nicht sogar höher die Zahl. Also das ist ja alles nur noch schlecht. Und da kann ich auch gleich mal einen Tipp an die lieben stabilen Patienten rausgeben. Füttert euer Scheißgehirn nicht mit so einem Dramadreck, mit so einem toxischen Müll. Macht das einfach nicht. Hört auf, euch so eine Scheiße an zu machen. Egal wie lustig die ist, macht das nicht. Das lege ich euch einfach mal ans Herz. Macht diese Scheiße nicht. Ja, und auch nicht Doom-Scrollen vor dem Einschlafen, das ist nicht gut. Auch nicht. Ich meine, sich über Sachen informieren ist immer wichtig. Informieren ist gut. Aber auf Twitter ist immer das Problem, die Leute posten halt zu jedem Scheiß Videos mit. Und die siehst du halt, wenn du auf ein Hashtag Ukraine gehst, das erste Video ist irgendwie hier wieder in die Luft gejagt wird oder keine Ahnung. Das ist halt echt nicht so gesund für den Menschen, glaube ich. Überhaupt nicht. Also informiert euch über andere Seiten. Der Mensch, der ist ja leider sehr, sehr komplex, was sowas angeht. Und wenn du dein Hirn, nehmen wir jetzt mal einen Zeitraum von einem Jahr, wenn du ein Jahr konstant dir so eine Scheiße reinziehst und immer nur Drama und toxisch und das hast du nicht gesehen, nur Beef und Streit und dann bist du selber irgendwann so ein Hurensohn. Ist einfach so. Weißt du, was ich legit nicht verstehe? Ich weiß, jetzt werden sich richtig viele Leute aufregen, aber ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie sich Menschen wirklich hier diese komischen Reality-TV-Serien angucken können. Weißt du, mit hier diese Love Island und Temptation Island und keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Weißt du, diese komischen Flirt-Dating-Serien, weißt du, wo Leute auftreten, wo du denkst, so alter, das ist so unangenehm. Daran verstehe ich nur einen Punkt. Und zwar sich besser fühlen, wenn man die Scheiße geguckt hat, dass man sagt, okay, Gott sei Dank bin ich nicht so auf den Kopf gefallen. Echt? Nee, ich kann das gar nicht. Ich fühle mich schlecht, während ich das angucke. Ich kann mich gar nicht mehr besser fühlen. Ich will mich abwaschen. Ich denke mir so, nee, nee, ich kann das einfach nicht. Ich kann das wirklich nicht. Ich kann das mit meinem Verständnis für Menschen nicht vereinbaren. Das geht einfach nicht. Ich kann mir das nicht geben, Alter. Nee. Ganz ehrlich, da gucke ich mir lieber irgendwie, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen kann. Ich bin fernsehlos, seit ich ausgezogen bin. Also ich gucke gar nichts. Pass auf, ich gucke mir lieber einen 10 Stunden Livestream von Peter an, wie ihr jeden Staubsauger in einem kompletten Mediamarkt oder Saturn durchbumst, als dass ich mir wirklich so eine Folge von diesem komischen Cringe auf dieser scheiß Insel angeben muss. Ja. Also wirklich. Ich hoffe, deine Freundin ist da ähnlich gestrickt. Meine Freundin guckt original nur Horrorfilme. Ja, richtig. Und so Kinderanimationsfilme, so Pixar und so, sowas mag sie auch. Also das ist alles cool. Das Lustige ist, meine Freundin hasst es auch, wenn Frauen die Hauptrollen haben, das mag sie gar nicht, weil die halt meistens irgendwie super ätzend geschrieben sind meistens. Dann sagt sie immer, sobald sie sieht, dass da eine Frau in der Hauptrolle ist, dann kommt sie, oh nee, nervige Frauenrolle. Oder sie skippt das komplette Intro, weil das scheißegal ist. Ja, oder ansonsten, die guckt halt Horrorfilme tot. Das würdest du nie denken, das ist eigentlich so eine richtig süße, kleine. Richtig, ja eben. Und dann steigt sie ins Auto, Alter, und hört erstmal hier irgendwie Metal. Metal und Horrorfilme, ja. Aber malt dann immer nur so süße Figuren und keine Ahnung. Stiller Wasser, sag ich dazu, ne? Auf jeden Fall. Aber da hast du auch ein Los gezogen, da müssen wir auch mal ehrlich sein. Ja, das ist schon ein Hauptgewinn, Bruder. Ein Hauptgewinn mindestens. Ja, nice. Okay. So, dann, damit wir deine Prophezeiung schaffen, musst du jetzt noch einen vorlesen, oder? Nee, nee, musst du gar nicht. Wir haben jeder zwei. Guck mal, da haben wir zwei und zwei und sind dann doch bei einer Stunde am Ende rausgekommen, Alter. Das ist perfekt. Ne? Das ist ein Zeichen. Okay, Bobby, du weißt, was das Zeichen heißt? Ich esse jetzt schon nebenbei, anstatt mir hier irgendwelche Dinge anzujuckern. Ich wollte gerade sagen, ich bin richtig stolz auf dich. Mhm, schön was essen, ne? Ja, schön was essen, anstatt zu rauchen. Leute, fangt gar nicht erst an mit dem Rauchen, Rauchen ist richtig wack. Rauchen ist scheiße. Ja. Und dann fehlt euch auch die Kondition, ne? Dann könnt ihr nicht so gut durchkommen. Das ist so, das habe ich festgestellt. Ich renne Treppen runter, gar kein Problem, gehe einkaufen, schleppe drei Tüten hoch und bin komplett kaputt, komplett tot. Ich bin das sportlichste Mensch auf Erden gewesen. Ist so. Ne? In dem Sinne, Robby, ich wünsche dir schon mal einen schönen Umzug. Dankeschön. Jetzt einmal offiziell, dass du es dir in 20 Jahren nochmal anhören kannst, aber wir schreiben sowieso noch, deswegen ist das eigentlich lauter. Ja, wir schreiben die noch. Und allen stabilen Patienten, wir hoffen, ihr seid gut ins Jahr reingerutscht. Wir wünschen euch noch alle Dute, dass alle eure Träumchen in Erfüllung gehen. Geht raus, holt was, macht was draus, bla bla bla, Glücksfix-Spruch hier einfügen und dann sehen wir uns und hören uns alle wieder in der nächsten Folge der stabilen Sprechstunde. So sieht das aus. Tschüss. Machen wir vor der Look auf hier. Ja, komm, warte mal. Ja. Ne, es geht nicht. Weißt du, ich habe diesen dicken Puschel auf dem Mikro, den kriege ich nicht ganz in meinen Mund. Zuerst fick ich deine Mutti und wenn die dann weg ist, dann fick ich dich. Das ist aber nicht sehr lieb. Ach, Egon ist ein Läger nicht. Ich liebe ihn. Ach so, das kenne ich gar nicht. Ich dachte, das war gerade eine Anspielung hier. Wir haben doch hier der neue DPC-Track droppt am 27.01. Da hast du auch. Ach so, ja, okay, gut. Die Verbindung ja nicht auch erst. Du kommst sofort nach deiner Mutter, denn zuerst fick ich sie und dann dich, du Giftzwerg. Giftzwerg. In der ursprünglichen Version habe ich Bastard gesagt. Dann dachte ich mir, boah, Bastard ist so ausgelutscht. Dann dachte ich mir, was für ein Attribut wurde denn noch niemandem irgendwie zugewühlt. Giftzwerg. Ein Giftzwerg. Geil. Okay, in dem Sinne, ja. Wiederschauen und Reigauen. Und hört auf zu rauchen. Los. Tschüss. Tschüss.